So, heute nochmal Warframe, zwei kurze Aufgaben, Tagesaufgaben, äh ne, nicht Tagesaufgaben, zwei kurze Aufgaben, bevor wir dann Scarlet Spear mal anfangen. So, jetzt machen wir das. So, jetzt haben wir das mal erwärmt, und wenn wir das Ganze sehen, dass wir das Erstmal erfüllen werden, stattdessen werden, umhörter bestellen sind schon auf den Betriebsen, erst einmal beim Krieger. Ah! Ah! Two! Your reactions fall within expected parameters. Outcomes have been mapped. Continue as you are. I shall be waiting. Let's take the other frame. What do we take today? Ah yes, we take the laser ballerina. We don't have anything to do. If I may say Operator, your chosen Warframe suits you. Ha! Ha! I have no idea. I have no idea. That's not good. So, close to the new unit. What will the power rod have for? We'll have some beaucoup of sterile Liens. What is going on? Ah, we'll have main beams. Un nouvelle finish as soon as you buyin. We'll be in the Hillary光 line. die blazer ballerina muss ja so gehen so aber man nehmen eine andere waffe weil die ist fertig, nehmen wir, beharrten eigentlich nur noch einen masseter, wenn man in krendel gekommen ist die kasten brechen bremdreischweide, bremdruck und bremdreiche machen wir den normalen fieberschlag ein muss reichen und die anderen waffen machen wir ein anderes mal dann machen wir machen wir ein skin und äh, ne klufe dann sind wir für heute schon wieder durch dann fangen wir beim nächsten mal die skala zu dir ein ne, vorher mache ich noch das nächste mal ein buch dann fange ich die skala zu dir ein so, das video können alle Dinge nach denen wir gerade zu dir kommen, weil schon konnte nichts zu tun, da können wir einige Videos hier 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 vor hier hast du hier Ich habe das noch nicht geholfen. Ich habe das noch nicht geholfen. Ich habe schon gelesen, was die Fähigkeiten sind. Scheiße. Ganz schlecht, dass ich das nicht gelesen habe, dass ich mich nicht falsch mache. Das ist nur ein Spohr aufgenommen für den Kick. So, meine ganze Bewahrer Hausarmee. Ach, da hast du glaube ich es mir schon. Was ist das? Das ist echt gut. Ich kriege ihn. Ah, ich sehe doch schon hier. Das ist schön. Die scheiße wenigstens die schönsten sind. Oh, da brennt hier unten. Hält es weg. Samsonstrahl. Das muss ich schon mal nehmen. Mit dieser Schnellfrage schon ist kein. Okay. 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 Superlöpisch. Oh, wirbeln die alle umbringen. Achtung! Area completed. Move on. Fuck it. Design. Okay. Loose good. We're gonna choose our ball. Location reached. Drop me in. Ender position. I'm in Tenno. This will take a moment. Let's go. 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 Okay. Go. Let's go. I need to go. Get a minute. Was ist das? So, mein Wobbel. Da muss man ein Wind vorbeisen, es ist noch vorbei. Oh ne, die schießen wir nicht. Jetzt haben wir den Blüten hier oben rein. Alles klar. Ja... Ja... Ah ja, Oberon Teile. Okay, wir brauchen... Ja... Wow, dann geht's doch nach oben. Ah! Können die holen, und schauen wir mal wieder her. Das Billings-Tuber ist. Schauen wir mal wieder... Update. Schauen wir mal vor, mal neben ein. Was wird da sein? Schon nicht gekriegt, das ist nicht schön. Was soll ich? Ja... Ich muss sagen... Ich habe einen... Forma gekriegt. Einen Skin. Für Forma... Ähm... Ja... 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 Reichts für die normale... Ja... Normale Flamenlagen... Reicht... Ach... Da weg... So... Aus 2... Und... ... 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